Was ist der Selbstversorgungsgrad? Der Selbstversorgungsgrad wird nicht in Kilogramm, sondern in Kalorien bemessen. Der Nährwert eines Lebensmittels hängt nicht vom Gewicht ab, sondern an den Kaloriengehalt, den das Lebensmittel hat. Einfach gesagt wird berechnet, wie viele Kalorien die ganze Schweiz braucht und dann den, der importiert wird, abzogen. Somit hat ein Kilogramm Erdöpfel 730 Kalorien und ist viel essenzieller für den Selbstversorgungsgrad als z.B. ein Kilo Kopfsalat, der nur 110 Kilo Kalorien hat.